Oh, was haben wir da? Jetzt scheint auch wirklich der einzige Weg raus zu sein, irgendwie. Um mich erstmal um, wo was zu finden ist. Oh, ich guck mich mal lieber mal ganz in Ruhe eben um. Also meines Wissens, da müsste eigentlich hier noch irgendwie was liegen. Ja, hier ist anscheinend wirklich nix. Na, dann stiefle ich mal weiter. Oh, nö. Fällt mir gar nicht gerade. Okay. Natürlich ist kurios, warum rennt ihr nicht auf mich zu? Da liegt doch was. Oder? Nö. Ah, cool. Automat. Okay, bringt auch nix. Im Hauptspiel hat man nämlich fröhlich Glibber da drin gefunden. Okay, da ist anscheinend nichts. Ja, ohne Lampe ist natürlich jetzt voll gut. Leuchtstäbe. Besser als nichts, schätze ich. Na, wirklich viel mehr sehen tue ich jetzt auch nicht. Ah, herrlich. Zack, nüster. Okay. Okay. Jetzt. Genau. Genau. das war jetzt richtig nett jetzt steht er auf oder durch die tür komme ich nicht hier ist nichts noch irgendwas hier geht es aber auch nicht wirklich weiter das ist auch nett ich kann jetzt im prinzip jetzt so drauf spekulieren von dem was ich jetzt gerade so höre so hoher und 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 ganz ruhig und 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 Überraschung Oha Na toll Also ich bin immer noch nicht alleine Auch nur, ähm. Hier drüben. Na komm. Hey! Na, vorsichtig drumrum wuseln. Ich hoffe, der Raff das jetzt nicht. Ah, okay. Zumindest bin ich an dem schon mal vorbeigekommen hier. Bringt mich das hier irgendwie weiter? Nö. Okay, hier geht's auch anscheinend irgendwo weiter. Ich muss mich mal fein verdrücken. Ohne Taschenlampe, ohne Waffe. Herrlich. Speichermies wäre es toll. Uh, was ist das? Okay. Nichts zum Aufheben. Alter Schwede, wenn sich bei mir die Klospülung dranhört, dann mach ich mir echt Sorgen. Vielen Dank. Sollte